Hey Kameramagier, herzlich willkommen zu diesem kostenlosen Videokurs über 3D-Animation oder 3D-Bearbeitung in Fusion. Und heute gucken wir uns erstmal die kompletten Basics an. Von der Navigation, über was überhaupt zu 3D verbunden werden kann und was es sonst noch so alles gibt. Also, auf geht's. So, wie immer suche ich mir aus meiner Effekt-Library unter Effects eine Fusion-Komposition raus und gehe damit in Fusion hinein. So, hier in Fusion habe ich vor allen Dingen hier oben die Reiter für die Elemente in 3D. Aber wir merken uns, auch Particle-Systeme sind oder können 3D-Elemente sein. Was wir später noch rausfinden werden in den 3D-Particle-Sektionen. Es gibt außerdem noch viel, viel mehr Tools. Wenn du einfach mit Rechtsklick, Add Tool, 3D, hier einmal guckst, all diese kannst du einfügen. Von Olympic Mesh, über Bender, Fork und so weiter. All das sind 3D-Tools, die du nutzen kannst für die Bearbeitung in 3D. Manche davon werden wir uns tatsächlich ausführlicher angucken. Aber die wichtigsten findest du hier oben. Und die zeige ich dir jetzt mal. Kommen wir zuallererst mal zu den 3D-Objekten, die am wichtigsten sind. Das erste ist eine Imageplane 3D. Das zweite sind die Shape 3Ds, also Objekte, die man dann hier aus einem Dropdown wählen kann. Also sowas wie eine Ebene, ein Cube, also ein Würfel, ein Zylinder, eine Kugel und so weiter. Und dann haben wir noch den 3D-Text. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel etwas eingeben und uns das Ganze anzeigen lassen, dann sehen wir, haben wir diesen Text in 3D und unter Extrusion können wir dann hier die Extrusion Depth erhöhen, um somit den Text dicker wirken zu lassen. Okay, und damit sind wir auch schon bei den Viewer. Und wenn wir uns das jetzt mal anzeigen lassen wollen, oder wenn wir hier navigieren wollen, dann können wir einmal mit Mausrad gedrückt das Ganze hin und her bewegen und mit Alt und Mausrad ziehen das Ganze drehen. Mit Steuerung und Scrollen kann man rein- und rauszoomen und so kann man das Ganze schön bewegen und hat jetzt hier die Möglichkeit aus jeder Perspektive in 3D das Ganze anzugucken. Und das ist erstmal die grundsätzliche Bedienung des Viewers. Anders als die üblichen Tutorials werde ich dich jetzt bitten, mal das für dich auszuprobieren. Zieh mal einfach einen dieser 3D-Nodes rein, also eine Shape 3D, eine Imageplane oder einen 3D-Text oder eine 3D-Kamera sogar und zieh sie dir auf den Viewer. Und dann navigier mal hin und her, damit du dich ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen kannst. Okay, nachdem du dich jetzt mit der Steuerung vertraut gemacht hast, wollen wir doch mal reinspringen und mal gucken, wie es jetzt so ist, Dinge miteinander zu verbinden. Okay, jetzt habe ich meine 3D-Tools. Jetzt gucken wir uns mal an, was wir für Tabs haben, um die Attribute von diesen 3D-Tools zu beeinflussen. Wir haben hier eine Imageplane 3D-Legen, die ziehe ich mir hier mal auf den Viewer. Und wie du siehst, haben wir hier oben immer die Controls, die sehr toolbezogen sind, aber die ähneln sich halt meistens und das sind meistens Visibility, Lighting, also ob etwas von Licht affektiert wird. Okay, und wir haben den zweiten Tab, der die Materials da bietet. Materials ist ein ganz eigener Schritt, den wir uns noch später angucken werden. Okay, aber hier kann man sowas machen, wie dem Ganzen erstmal eine Grundfarbe geben und den Alpha und die Sichtbarkeit grundsätzlich einzustellen. Und dann haben wir die Transform. Die Transform ist ganz wichtig dafür, wo deine Objekte einzeln in der 3D-Szene liegen. Und diese Transform wird immer von der World-Koordinate quasi aus berechnet. Also, wenn ich das Ganze jetzt hier nehme und herumschiebe in 3D, dann bekomme ich quasi hier andere Werte. Und ich kann auch noch das Ganze rotieren, indem ich einfach hier oben auf Rotate klicke und das Ganze hier an seinen Achsen rumbewege. So, jetzt hat sich das Ganze hier natürlich verändert. Also, die zwei Tools hier oben kannst du sehr schnell nutzen, um einmal die Rotation und die Bewegung anzupassen. Okay, kommen wir allerdings mal dazu, wie man Dinge in 3D miteinander verbindet. Und zwar hast du hier eine Merge-3D-Note. Die kannst du dir einfach hier reinziehen. Und das Schöne an der Merge-3D-Note, sie hat unendlich viele Inputs. Das heißt, ich kann jetzt hier alles reinhauen, was ich will. So, und wenn ich mir das jetzt mal angucken lasse, dann sehe ich jetzt hier auch die eine rot eingefärbte Plane, Shape 3D. Dann sehe ich hier meinen 3D-Text rausgucken. Und das liegt halt daran, die überlagern sich halt jetzt. Ich nehme mal meine Image-Plane 3D und verschiebe die mal so ein bisschen nach hinten und nehme das Ganze mal so zur Seite. Und damit habe ich das Ganze in 3D angeordnet und kann mir jetzt auch hier das Ganze in 3D angucken. Und diese Merge-3D sind quasi wie Gruppierungen für die einzelnen Objekte, die in sie reingehen. Und diese Merge-3D sind quasi wie Gruppierungen. Sie sind das, was alles in 3D so zusammenhält. Okay, und jetzt möchte ich mal, dass du für dich einmal ausprobierst, wie es ist, mehrere Objekte in einer Merge zu verbinden und diese dann in den jeweiligen Transformation-Tabs hin und her zu bewegen, in 3D. Damit du ein Gefühl bekommst, wie du etwas in 3D hin und her schieben kannst. So, willkommen zurück. Ich hoffe, du hast jetzt ein grobes Verständnis darüber, wie 3D-Anordnung in Fusion funktioniert und wie du darin navigierst. Und das, was es braucht, um das Ganze ein bisschen realistisch wirken zu lassen, ist das, was es auch im echten Leben braucht. Licht und Schatten. Gucken wir uns mal an, wie das funktioniert. Okay, um Licht jetzt in das Dunkel zu bringen, also in unsere 3D-Szene, brauchen wir zuerst einmal ein Light, also ein Licht. Das findest du hier oben unter Spotlight. Das Spotlight ist quasi ein direktionales Licht. Kannst du dir vorstellen, wie das Licht, was du dir quasi selber durch die Taschenlampe gibst. Also, wenn du dich zum Beispiel mit einer Taschenlampe anleuchten würdest. Aber es gibt noch drei weitere Arten von Lichtern und die kannst du einfach mit Rechtsklick Add Tool 3D Light sehen. Wir haben hier einmal das Ambient Light, das Directional Light und das Point Light. Die importiere ich mal schnell. Okay, jetzt habe ich hier meine vier Lichter. Was ist denn jetzt der Unterschied? Wir machen mal das Spotlight zuallerletzt. Das Ambient Light gibt dem Ganzen grundsätzlich Licht von jeder Richtung. Also, es ist sowas wie eine globale Illumination. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einmal hier das Ambient Light in meine Merge reinziehe. Ich lasse uns mal einen Viewer anzeigen. Da sehen wir das Ganze ein bisschen besser. Dann sehen wir hier, wir können das Ambient Light verschieben und es passiert noch nichts. Und das liegt daran, dass ich Lights noch nicht aktiviert habe für den Viewer. Und dazu kann ich hier oben unter Lights, kann ich hier mir verschiedene Anzeigemodi anzeigen lassen. Und ich möchte hier auf Lights gehen. Du kannst auch hier einfach durchcyceln, an und aus machen. Okay, jetzt ist das Licht an und ich kann hier oben meine Intensity, also meine Stärke einstellen, wie stark das grundsätzlich sein soll. Und wenn du mal guckst, ich kann das Ding hier irgendwo platzieren. Es sieht immer gleich aus. Und das macht das Ambient Light. Okay, holen wir uns mal ein Directional Light hier rein. Das Directional Light gibt quasi ähnlich wie eine Sonne ein konkretes Licht aus einer bestimmten Richtung für die gesamte Szene. Und du siehst, jetzt habe ich hier ein Gizmo und das kann ich auch hin und her ziehen. Es passiert allerdings grundsätzlich nichts. Aber das Schöne an dem Directional Light, ähnlich wie eine Sonne, ich kann das Ganze hier rotieren. Und du siehst, jetzt kommt das Licht immer aus einer bestimmten Richtung. Okay, das Point Light ist wie eine ganz normale Lampe, eine Stehlampe, die alles um sich herum beleuchtet. Wenn wir uns jetzt das Point Light angucken, dann können wir sehen, wenn wir das jetzt hier rum bewegen, dass auch dieses Point Light Licht erzeugt und dass Dinge, die von ihm abgewandt sind, auch im Schatten liegen können. Aber das Point Light selbst kann keine Schatten erzeugen. Wenn du dir das mal anguckst hier, jetzt müsste es eigentlich von dem 3D-Logo einen Schatten geben. Das einzige Licht, was einen Schatten erzeugen kann, ist das Spotlight. Und deswegen wird es so häufig von Fusionern genutzt. Und du siehst hier, sobald das Spotlight etwas trifft, wirft es einen Schatten auf das dahinterliegende Objekt. Wir merken uns also, das Spotlight ist die einzige Lichtquelle, die wirklich einen Schatten wirft. Okay, ich möchte dir gleich die Aufgabe geben, einmal zwei Arten von Lichtern in deiner 3D-Szene zu platzieren. Aber ich möchte dir noch einen Tipp geben, was dir gerade helfen kann, ein Spotlight zu positionieren. Und zwar beim Spotlight haben wir hier einmal den Cone Angle, also wie breit es ist an sich. Und den Penumbra Angle, der quasi das Flanell, also die Weichheit um den Lichtkegel bestimmt. Und du wirst merken, dass es teilweise echt nervig ist, das Ganze zu verschieben und dann neu zu rotieren. Deswegen gebe ich dir hier den großen Tipp. Gehe in die Transform Settings und unter Pivot sagst du Use Target. Jetzt hast du quasi einen zweiten Punkt, mit dem du quasi einfach nur irgendwo hinziehen kannst und dein Licht richtet sich automatisch danach aus. Je nachdem, wo du es hinschiebst. Damit kannst du ziemlich schnell dein Licht in eine gewisse Richtung zeigen lassen. Okay, und genau das Spiel mit den Lichtern möchte ich jetzt, dass du das für dich machst. Positioniere einmal drei bis vier Lichter in deiner Szenerie, um für Stimmung zu sorgen. Jo, und das war es für die erste Folge aus diesem Kurs. Ich denke, das war schon für den Anfang ziemlich viel. Und ich hoffe, du konntest jetzt eine solide Basis schaffen, um erstmal grundsätzlich in 3D zu arbeiten. Und in der nächsten Folge gucken wir uns an, wie wir eine 3D Kamera animieren und das Ganze rendern. Bis dahin!